SprachrohrTV wird nun ab 1. November endgültig aus dem Netz genommen, zumindest als eigenständige Website. Aber Sprachrohr wird nicht still sein, wird weitergehen und wird weitermachen. Immerhin unter Facebook, unter Sprachrohr, Kurtusche können Sie mich finden. Und alle aktuellen Mitteilungen sind dort dann auch gebündelt und gehen dann ins Netz. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei allen jenen bedanken, die mir geholfen haben, über Jahre jetzt weg, diese Webseite aufrecht zu erhalten, ihre Meinung zu sagen vor allem. Und ich hoffe, dass in Südtirol immer mehr die freie Meinung überhand nehmen wird und dass die Menschen kein Problem mehr haben, ihre Meinung zu sagen. In diesem Sinne, viel Glück für die Zukunft und danke für Ihr Mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.